Alles Gute zum Vatertag, meine Söhne. Heute spielen wir Players Unknown Battleground. Für diejenigen, die es nicht wissen, das Spielkonzept ist ziemlich leicht. Ihr werdet einfach per Flugzeug mit 99 anderen Dudes über eine Insel abgeworfen und kämpft dort ums Überleben. Hierbei sollte man möglichst im Kampfradius bleiben, der natürlich mit der Zeit kleiner wird. Und derjenige, der als nächstes überlebt, hat gewonnen. Absolut easy, go! Unknown Feet Grounds. Oh. FF20. FF... Alter! Wie fahr ich das? Leute, ich will das einfach noch fahren. Danke. Endlich mal ein Ding, womit ich arbeiten kann. Oh shit. Wamm, wamm, wamm. Mit den Löwen geht es gut. Die denken sich, ja, es ist eine ganz normale Insel hier. Hier wird einfach nur ein bisschen geböllert ab und an. Wow, das ist eine Schottlinde. Das erklärt auch die wenige Munition. Physik? Go! Ich habe ja jemanden angeschossen, Leute. Ich mache ihn erstmal so ein bisschen psychisch fertig. Na, und dann gehe ich da rein. Boah, habe ich mich da steckt. Das war cool. Also ich sag mal, das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. FANNEN MAIN! Na, wie ist das? Wie schmeckt dir das? Wie schmeckt dir das Delay? Wie? Hello, guys! Panicam game! Oh mein Gott. Ich bin Aquaman! Sieht auf jeden Fall nicht gut gelaunt aus beim Schwimmen. Muss mal ehrlich sein. So Leute, mein Ziel ist in dem Kernkraftwerk zu landen. Ich chille mich ins Kraftwerk rein. Leute, ich habe mein Ziel geschafft. Da, wo ich landen wollte, bin ich gelandet. Ich bin ein Bauer! Yeah! Was geht? Na, muss ich den Leuten nochmal zeigen, welcher der Boss auf dem Feld ist. Na, kann ich hier irgendwas upgraden? Oh. Hier, ich kann noch mal Scheiße dran bauen. Ja, das ist ja hier ein Puzzle-Game. Ist ja auch noch mit drin. Ist ja geil. Und die habe ich jetzt wohl gepimpt, oder was? Na gut. Es wird Zeit, Leuten in den Kopf zu schießen. Okay, Leute. Keine Ahnung, wie es geht. Ich habe Angst, im Traitor-Shop zu sterben. Aber... Is there anybody who wants to die? Oh! Bäm! Na? Einfach in den Schädel! So. Okay, was machen wir jetzt? So, Leute. Den findet so schnell keiner. Das ist meiner. Oh, wie ich den hier reingeparkt habe. Das ist doch traumhaft. Ich schieße auch noch zurück. Weißt du, wie bei Rockley hier. Oh mein Gott, das ist steig! Garage auf 12 Uhr. Perfekt! Geil! Der hat einfach gepennt! Bester Kill bisher! Jawoll! Alles gut! Alles gut! Ich habe ihn einfach in den Kopf geschossen. Ich werde dir in den Kopf schießen, wenn du hier reinkommst. Jawoll! Leute! So macht ihr das! Versteckt euch im Scheiß-Klo. Wer noch einmal in mein Haus reingeht. Töd ich! Wo bin ich? Sag mal, hier wurde ordentlich geblazed. Oh, shit! Zeit für ein paar Stunts! Okay! Wow! Da bin ich echt cool rausgekommen. Aber das wollte ich nicht. Zeit für fliehen! E-J-J-J-F! Oh, okay, okay, okay. Oh, shit! Okay, Leute. So, das ist halt auch unbrauchbar. Wer traut sich mein Haus? Hä? Wer will hier was von meinem Kuchen? Nice. Wort auf den Nächsten. Den erschieße ich jetzt auch. Camping to the Limit! Wo hast du den? Ja, nicht der genauste, aber... Ja, ich habe hier schon ein bisschen Loot angesammelt, wie man dir sehen kann, durch meine gegonnte strategische Ausrichtung. Leute, ist alles gut. Ist alles gut. Wow! Tausend Kilometer entfernt! Bester Spieler. Leute. Hier ist gerade noch ein Tank. Sehr gut. Alles ist gut, Leute. Alles ist gut! Jawoll, du Bitch! Mit dem Arrow! Und jetzt wurde ich überholt. Wow! Wow! Ich wollte einfach rüberfahren! Was ist da? Was ist da? Ist da jemand? Ja, da ist jemand. Was habe ich hier für eine Waffe? Ich habe den dreimal getroffen! Ich habe den dreimal getroffen! Ja, das war ja schon nicht schlecht. Boop! Boop! Oh, yeah! To the moon! Wuuu! Oh, der Dappt! Ein schöner Dappt! Yeah! Jetzt nach links! Wuuu! Okay. Granade! Granade! Okay, okay, okay. Das ist grisch! Ich muss auch sagen, dass ich mit der Mütze mit Abstand am coolsten habe. Nice! Ah, nice! Ich habe eine neue Karre! Oh, ich habe mich beinahe selbst umgebracht, Alter! Holy shit! Oh, yeah! Ich bin... ...den Gegner von Batman! Irgendwann müssen sie in die Mitte kommen! Leute! Give me the car! Nice! Noch eins! Leute! Ich sag's! Wir werden Platz 1... ...und haben ein schönes Auto! Ich meine, ich spiele Unknown Playgrounds, irgendwie das heißt, nur mit einer Hand! So, Leute! Noch 17! Der Tank wird noch ewig reichen, Leute! Ich kann das hier den ganzen Tag machen! Ich sag mal, jeder spielt anders! 12 noch, Leute! Uh! Treffer! Oh, jetzt muss ich aber hier... Jetzt wird's aber gefährlich! Ja! Jetzt muss ich hier in den oberen Bereich! Noch 10! Wir haben bisher auch noch keinen getötet! Noch 9! Das ist hier nicht aussteigen for you, Gaming! Oh, oh, oh! Der war aber nah dran! 8 noch! 7! 6! 5! Es wird immer tighter! Oh! Und ich zapple immer noch in der Karre, Leute! Jetzt bin ich raus! Ich sag mal... Platz 5! Ohne Kills! Auto-only! Geht! Zeug!